So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 3 und heute seht ihr, ich bin ein bisschen unter der Erde, ich hab was gebuddelt, erzähl ich gleich. Zunächst mal wieder eine Umfrage oben rechts in der Ecke, ich hab gestern mit Absicht ein paar Videos rausgelassen, ein paar Formate, denn das sind so ein kleines bisschen andere, also wenn ich die mit reingetragen hätte, hätte ich gewusst, dass ich hundertprozentig schon sag, dass diese am ehesten oder am besten sind, weil ich weiß das ja auch so ein bisschen, gell. Aber ich hab das Gefühl, es sind so zwei Klassen, Klasse 1, Klasse 2, gestern hab ich so die Klasse 2 gemacht, so ein bisschen Commands, Maps, Creations und so Zeug, was einfach immer nebenbei kommt und dann jetzt so Sachen wie 5 Dinge, Tutorials oder Sparks Pro Tips oder Snapshot Vorstellungen, das ist dann würde ich sagen so Klasse 1, dann merke ich ja auch, dass das mehr geguckt wird und deswegen ist das heute so, außer welches von denen ihr am besten findet. Gut, also ich mach mir da schon Gedanken. Übrigens, falls ich eine Umfrage vergesse, in den ersten 15 Minuten oder so, nachdem ich das Video hochgeladen hab, ich lese meistens die Momentaren und füge die im Nachhinein noch zu, das heißt, wer es gestern verpasst hat, ich hab's nachträglich noch eingefügt, ein paar Minuten später. Gut, so, dann für heute, was haben wir denn für heute am Start? Ich bin nur an der Erde, ihr seht gerade, ich hab hier ein bisschen, ja, Haltbacker von Spitzsack gefordert, müssen wir wieder aufladen. Ähm, und was ich vielleicht auch nochmal machen müsste, ist mir angucken, wo das Endportal eigentlich ist. Äh, gar nicht Endportal, sondern die Ender Farm im Endportal. Das Endportal ist, das weiß ich ja, aber wo die Farm da drin ist, weil die hab ich noch nicht gefunden, anscheinend ist sie schon fertig gebaut. So, für meinen Teil jedenfalls, ihr könnt euch das hier vorstellen, wo ich bin, ich bin unterirdisch bei hier. Hinter meinem Dings, ich hab mal ein bisschen grob überlegt, vielleicht ein bisschen vorgebaut, oder zumindest ein Grundriss vorgebaut, ähm, Singleplayer, wie ich das hier bauen möchte. Und da muss ich jede Menge Stein wegholzen, das mach ich aber nicht jetzt, sondern dann, wenn ich einen Beacon hab, man hätte ich es zweit oder so, damit das schneller geht, weil das, pff, nee, jetzt, nee, 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 sehe ich gar nicht ein. Das dauert, äh, zu lang, das Ganze hier wegzuhacken, da müsst ihr euch mal vorstellen, so ein Riesengebiet hier wieder aufs Kopf ist, so ein, bam, 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 bam. So, der Gedanke war, mehr oder weniger, dass wir, ähm, in der Mitte so eine kleine, ründliche Fläche anhaben, wo irgendwie Grünzeug drin ist, weiß ich nicht, ein Baum oder, also Zeug wie bei dem Zaubertisch, ich möcht's ja dekorativ halten, und dann, also du müsstest so einen Kreis von mir rundherum vorstellen, und dann auf der einen Seite, da sind halt Räume oder immer, oh, und in entsprechenden Abständen sind halt Räume, wo du reingehen kannst, wo verschiedene Sachen drin, Zuckererfarm, Brotfarm, dasfarm, 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 dies und das, und das, und das, und das, und das, Schmelzanlage und so weiter und so fort, also wenn ich irgendwas Wichtiges brauche, dann komme ich runter in meinen Keller, mache das Sicherheitstor auf, und dann bin ich hier perfekt drin und kann das Zeug machen. So, die Sache ist sie, der mittlere Kreis ist nicht ganz rund, sondern ist so ein bisschen oval, und, ähm, ich hab trotzdem gedacht, dass ich die Ecken hier eckig mache, weil hier nochmal ründlich rumzubuscheln, und dann vielleicht auch noch dekorativ ausbauen zu müssen, sieht vielleicht kacke aus, vielleicht kann man das später noch ergänzen, aber mal gucken. Zunächst erstmal, das hier ist jetzt die oberste Kante, das heißt, wenn ihr es wie so ein Ei euch vorstellt, ist jetzt hier die Spitze vom Ei, das unten wäre der Boden vom Ei, und das hier wäre dann die rechte Wand vom Ei sozusagen, also hier vorne. Das Ganze geht dann halt nochmal, genauso wie es jetzt hier oben reingeht, auch nochmal nach unten, und dann hab ich so einen großen Bereich, so richtig schöne unterirdische, ja, Festunglabor mit meinen Spezialräumen drin, kann man dekorieren und bla bla bla. Das ist wieder so ein bisschen aufwendig, das Ganze zu machen, und hier oben seht man auch schon, ich buddelt, ich bin nicht tief genug, ich bin schon wieder hochgekommen zu meinem Zuckerrohrer, aber vielleicht ist das nicht ganz so schlimm, weil der eigentliche Boden ist ja nochmal ein Stück hoch, und so hoch will ich natürlich dann nicht bauen. Okay, wie gesagt, ich hoffe auf Haze 2, und ich muss die Spitze irgendwann nochmal reparieren. Für vorne den Raum, da wollte ich ja mal eine Sache schon mal anfangen, ich hab hier keine Fackel mehr übrig, ich hab's mir gar nicht ausgeleuchtet. So, gleich Spitze auswählen, aber wenn ich Rüstung hab, geht's nicht so schnell. So, und hier vorne würde ich gerne dann die Brotwamm reinmachen, weil ich merke schon, ich hab selbst jetzt, ich glaub das letzte Zeig Brot aus der Farbe oben, dass die Brotwamm oben war nicht so effektiv. Es gibt eine Möglichkeit, effektive Brotwamm zu machen, dass man Minecarts benutzt, dass Weizen einsammelt, was die Villager droppen lassen, weil die Villager-Inventare mit Seeds komplett voll sind, aber ich mach's auf meine alte Methode oben, weil erstens ich Probleme haben werde, einen neuen Villager zu kriegen, einen Farmer-Villager, der ein komplett leeres Inventar hat. Meine Villager, die rennen oben rum, haben schon alles mögliche voll gesammelt, weil die ganze Zeit Weizen ist und die bauen das ab. Und die andere Sache ist, dass wir einfach dann diesen bereits schon mit gefülltem Inventar besetzten Villager nehmen können und, oh, ach stimmt, da war ja was. Troll, erklär ich gleich. Und den einfach runtersetzen können, dass der selbst Brot-Craft ist, einem anderen zuwirft und dann werden Sachen gesammelt. Ich hab's schon im Singleplayer getestet, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich brauch ja nicht so wahnsinnig viel Brot jetzt, nur so ein bisschen für den Eingebrauch. Wenn ich zu viel Weizen erstellen würde, ich mein, wenn's 2000 Weizen pro Stunde oder so sind oder, keine Ahnung, wie viele das jetzt dann sind, selbst wenn's 200 pro Stunde sind, dann ist das zu viel, die kann ich nie mehr verbrauchen, die müsste ich wieder verbrennen. Deswegen mach ich's so, ich nehm erstmal die Light-Variante der Farm, dass wir Villager haben, der selbst das Brot-Craft im anderen zuwirft und das fällt ein Hopper rein und die Hopper sammeln's dann. Singleplayer, wie gesagt, hab's getestet, das funktioniert einigermaßen okay. Warte mal, die Map kann ich's grad zeigen, scheiß drauf. So, okay, Singleplayer, House-Pre. Da hab ich schon mein Haus getestet und ich hab hier mal den Grundriss gemacht, soll das etwa aussehen. Das heißt, ich hab mir überlegt, das vielleicht abzurunden, ich weiß nicht, ob das so geil aussah, weil da hier Deko halt noch rein muss und so. Und hier vorne einfach so eine Villager-Farm, ganz normal übrigens. Ja genau, da war das Haus, hab ich nicht ganz fertig gemacht, weil es nur so das Design sein sollte, so vom Ausprobieren und Machen, dass so bei dem Mob-Farm nicht getestet hat. Das hinten war Eisengolp-Farm nicht getestet hat. So, das ist jetzt eine Villager, das hier ist der andere Villager, der farmt einfach alles hier ab und dann, dass hier der einzige Villager ist, der frei ist, wirft er ihm ständig Brot zu. Natürlich funktioniert das jetzt nicht so oft. Ich stand hier, glaub ich, mal eine Stunde oder zwei und das hier, das zusammenkommt. Aber für eine Stunde oder zwei ist das gar nicht mal so wenig, find ich jedenfalls. Das Feld ist eigentlich mal so groß. Der endet ab, der bleibt doch manchmal stehen, weil er einfach nichts zu tun hat. Okay, der hat eigentlich schon was zu tun, der könnte hier abernten und da abernten. Aber manchmal denkt er sich, jo, mein Invertrag ist voll oder so, ich hab keinen Bock mehr. Dann läuft der ja zuwältig an dem hier vorbei, sieht, oh, das ist ein anderer Villager und schmeißt das ganze Zeug hier rein. Ich hab extra die Hopper ein bisschen vergrößert hier. Mach ich auch, aber halte ich auch so bei. Denn ich schätze mal, das brauchen wir, weil der trifft nicht immer ganz direkt den Zaun und so. Und deswegen mach ich hier etwas größere Fläche. So, und mit der Zeit, wo ich halt eben so gestanden hab, ein bisschen getestet oder was anders gezockt hab nebenbei, gerne mal reinguckt, ist das hier zusammengekommen. Das ist wirklich eine Stunde oder zwei oder so. Und verhältnismäßig für den Server ist das wenig, weil öfters mal Leute da sind, Chunks hingeladen und so weiter, bevor die Farm läuft. Also für einen Eigenverbrauch reicht's auf jeden Fall. Und deswegen ist das anfangs auch die günstigste Variante. Weil ansonsten, da siehst du, da hat er's gemacht. Genau, ihr habt's gerade direkt gesehen. Und jetzt läuft hier das ganze Brot rein. Es funktioniert. Mein Plan funktioniert. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Und die Sache ist einfach, die ist auch günstig. Ansonsten hätte ich jetzt folgendes machen müssen, unten drunter, Minecart setzen müssen mit einem Hopper drauf und lauter Rails. Und das Minecart fällt hier unten immer linienförmig die Blöcke ab. Und sobald hier oben jemand, oder wenn er was abererntet und das hier draufhält, dann sammelt das das Hoppermeinkart unten ein, sammelt's ein, lädt's ab, fährt wieder rum, sammelt alles mögliche wieder ein. Der Wilder hier oben hat ein volles Inventar. Dafür muss ich einen neuen Wilder züchten, der ein leeres Inventar hat. Das Inventar komplett mit Seeds füllen, sodass der, wenn er die Weizen abererntet, das Weizen nicht aufnehmen kann. Der Wilder hat nämlich acht Slots. Und dem acht Stacks Seeds zuwirfst, dann erntet der zwar noch und setzt auch wieder neu, aber das Weizen, was er erntet, bleibt hier auf dem Boden liegen. Kann er nicht einsammeln. Dann sammelt das Hoppermeinkart das ein. Ist halt ein bisschen komplexer und aufwendig. Ich probiere es jetzt immer mit der einfachen Variante. Ganz als Anfang. Und ich denke mal, das können wir dann gleich auch machen. So viel zum Planen. Ich hoffe mal, das ist verstanden worden. So, zurück auf dem Server. Ich bin heute schon wieder am Quatschen wie sonst was. Und wir haben hier oben einen kleinen Troll von, wie heißt das, ist doof. Von Klim und Zinus. Ein Emerald Block für mich. Das ist auch wieder nice gemacht. Ich hätte sogar fast nur Verbesserungsvorschläge, wo ich es vielleicht lassen würde. Und zwar jetzt so direkt hier drüber. Ich glaube, das passt nicht ganz. Einfach, weil das auch die Mauer so ein bisschen zerschießt. Ich hätte es vielleicht alles über die Mauer gebaut. Nicht hier direkt drauf, die Dinger nochmal entfernt. Und wenn das Teil, wenn das ein etwas weiter nach hinten geschoben wäre, ein kompletter Würfel wäre, ja, also das hier auch, hier nochmal eine Seite dran, das hinten eine Seite, einfach Würfel, der komplett zu ist und abgedichtet ist, dann das Ganze zentriert über die Farm geschoben worden wäre und dann so zwei, oder keine Ahnung, ein paar Blöcke einfach nach oben, dass es über der Farm so schwebt, so ein ganzer Emerald Block, das man von allen Seiten auch sehen kann, dann wäre das richtig geil, dass ich es, glaube ich, auch so gelassen hätte. Ich weiß nicht, ob das hier vorne so passt. Wenn es hier hinten wäre, also, was heißt, zentral über dem Dorf, nach oben, schwebend, ich weiß, vielleicht ein bisschen größer, kleiner, mal gucken, ja, größer geht auch. Und von allen vier Seiten, beziehungsweise auch von oben und von unten, dann wäre das richtig geil. Da hätte ich das auch ohne weiteres so gelassen, aber hier vorne weiß ich nicht. Ich glaube, ob ich so als abwohnen. Also, es sieht nicht schlecht aus, aber an der Stelle halt. Verbesserungsvorschlag, über dem Dorf, zentral, nach oben so schweben, wie so ein Würfel, einfach über dem Dorf, wenn man einfach mal sehen kann, ah, ein Emerald Block. Aber so sieht man halt nur so ein Business-Konstrukt hier vorne und, ja, ist nicht ganz optimal. Vielleicht brauche ich das demnächst, ähm, nochmal ab, aber jetzt nicht in der Folge oder so. Ah, ah, okay, 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 für die beiden muss ich mir vielleicht auch noch was überlegen. Eventuell, wenn mir was einfällt, falls mir was einfällt. Was? Was? Du hast Schlafmangel. Weil, der ist gerade in seinem 24-Stunden-Stream. ein Monat später. Da oben ist übrigens Amos wieder da. Okay, äh, ja, der macht gerade seinen 24-Stunden-Stream und so. Ich mag es nicht, wenn er mich zur Begrüßung schlägt. Ich sehe den auch so. So, handgeben. So, was? Was willst du? Ja, ja, aber erst mal mich hauen. Das ist wie, wenn du so irgendwo stehst, ja, so, und dann kommst du hinterher an und klatschst dir so gegen den Nacken, so, und denkst dir, what? Ja, 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 ja. So, also wie gesagt, das war, ähm, der Troll-Stand. Übrigens, so könnt ihr euch die Folge nennen. Ich wurde getrollt. Und dann mache ich mir so ein schönes Handnähe, so, 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 so. Okay, eigentlich sehe ich ganz gut. Ja, ähm, ich sehe gerade, wir haben gerade morgens, ähm, 11.28. Boah, bis das Video oben ist, ähm, 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 meeps, ich mache es ein bisschen kürzer heute wieder. Das hat mir nicht böse. Ich habe heute zumindest erstmal das erklärt, den Troll-Off geklärt, und ich werde dann jetzt in der nächsten Folge anfangen, unten die Farben tatsächlich zu bauen. Das heißt, wir brauchen bei Hopper, wir müssen ein Wildesche irgendwie da runterkriegen und, äh, ich mache da unten ein Feld ins Summit Wasser. Das ist jetzt nicht so aufwendig, das müssten wir eigentlich in einer Folge hinkriegen. Das seht ihr dann im nächsten Part, aber heute, glaube ich, ein bisschen kürzer, weil ich mache heute noch eine Fünf-Dinge-Folge laut Plan und die muss auch noch hochgeladen werden. Ich weiß, ich bin schon hier dran, aber gestern habe ich keine Zeit mehr. Gut, dann, ähm, mm, mm, bis zum nächsten Mal, das krachen. Und tschüss.